Kennen Sie das, wenn Ihnen ein guter Bekannter, ein Freund, ein Kollege den guten Hinweis gibt, den guten Tipp gibt, du, ich sage das im Vertrauen, wenn du im Meeting etwas sagst und du lümmelst immer so da, das kommt wirklich nicht gut an. Und Sie dann versuchen, es nächstes Mal besser zu machen und am Ende des Meetings merken, es war wieder gleich und Sie sind wieder genauso gelümmelt gesessen wie vorher. Was genau verführt uns im Alltag immer wieder dieselben Fehler zu begehen? Sie sehen es am Flipchart hinter mir, das stammt aus einem Seminar, das gerade zu Ende geht. Ich nenne es den menschlichen Autopiloten. Also diese tradierten, tief eintrainierten, geübten Muster, in denen wir handeln. Also Handlungsautomatismen, die uns dazu verführen, das, wie wir es bisher gemacht haben, immer weiter fort und fort und fort gleich zu tun. Jetzt kommt jemand und sagt, mach es doch anders und es fällt uns gar nicht auf, dass wir wieder in dieser Schallplattenrille gewissermaßen gefangen sind. Was ist jetzt der Tipp des Stimmcoaches für Sie, es doch einmal anders zu tun? Meine persönliche Empfehlung ist, setzen Sie sich im Alltag Anker. Also legen Sie fest, was Sie daran erinnern könnte, dass es doch mal an der Zeit wäre, diese kleine Alternative, von der Sie ja wissen, wie es funktioniert, praktisch umzusetzen. Dazu einfache Regel aus dem Sport. Übe nicht im Wettkampf, übe nie im Wettkampf. Also wenn es wirklich um die Wurst geht und wenn Sie etwas ganz Besonderes vorbringen wollen, dann empfehle ich Ihnen, lassen Sie es mal so tun, wie Sie es bisher gemacht haben. Auch das war erfolgreich, es hat schon irgendwie funktioniert. Wenn Sie sich verbessern wollen, warten Sie Momente ab, in denen es nicht um wirklich etwas Wesentliches geht und achten Sie in diesem Moment darauf, diese Sekunde vor dem Sprechen. Was könnte es sein, was Sie daran erinnert? Ist es vielleicht der Moment, in dem es ruhig wird im Raum? Ist es vielleicht dieses innere Gefühl, jetzt will ich etwas sagen, das Sie im Moment daran erinnern könnte, jetzt ist dieser tolle Moment für eine kleine Trainingsschleife. Wenn Sie so vorgehen, wie haben Sie es getan? Sie haben für sich definiert, was ist die gewünschte Verbesserung und Sie haben aber auch den Moment festgelegt, in dem Sie es trainieren wollen. Alltagsmomente und achten Sie darauf, was könnte Sie daran erinnern, dass es ein richtiger Moment wäre, einmal etwas auszuprobieren und zu erproben. Raus aus dem Autopiloten. Die Regel, übernehmen Wettkampf. In Alltagsmomenten würde man auch nicht daran denken, also Anker setzen. Erinnerungsmomente definieren, die Sie daran erinnern, die Alternative, das Bessere, das Erkannte zu tun. Stimme hat Macht, Voice sells.